wo ist die am schneiden? die ist direkt kriegst du es von hinten es narkt einer da kommt noch einer gleiche Richtung von der Seite kannst du jetzt beschließen es guckt nicht auf dich da kommt noch jemand Achtung hinter dort oh shit ich hab nichts mehr an Leben oh mein Gott ich hab's gesehen ey ja hier ist einer durchgelaufen hier war irgendwie was keine Ahnung das war irgendwie seltsam aus oh jemand sieht mich hier hier sind welche bei mir ok ok das war ein Squad ja die sind hier drin draußen auch? draußen auch? da müssen die draußen sein nicht drin weg gescannt er ist U-Low ah ich muss mal kurz in sichern aber das ist Ukraine nicht ich muss kurz hallen sind zwei Leute da zwei Leute sind da hinter uns auch hinter uns auch beim Huzel Mann geht da rein ins Haus oh ja das ist bei mir drin oh shit hab ich nackt oh lord fuck älter scheiß beim Huzel ey die Shotgun hat ihm nicht gefallen der hat gleich im Hunderzeit kassiert der Typ geht mir auf den Sack ne das war der den ich vorhin schon genockt hab glaub ich mal oh shit wo sind die? bei mir hä? noch unten das war der zweite Mal Huzel warum krieg ich wieder keine Hips? Jesus alter ha da hinten schießt noch was? völliger Ausnahmezustand hier ja so ein bisschen schon ja so ein bisschen schon einen noch einer gekillt da ist noch einer drin hier ja hat nichts mehr hä? wir sind den um die Ecke erschossen ich war noch hinter dem echt? bei mir sahst du aus als wärst du hier gewesen als du ihn getroffen hast ja wir kommen in Apix das ist geil vorne geht's was macht hier so ein Piepssignal? ist das bei dir auch so? piep 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 da drin hm ok sorry ja ich kein Ding 10.000 Schaden oh jemand sieht mich hier ist noch jemand oder? ne ne aber jemand hat mich gesehen der war nur nocked ich glaub hier ist noch einer last weil der muss mich durch das Fenster gesehen haben oder? das geht durch Wände durch dass mich der genockte angeguckt hat durch die Wand keine Ahnung kann sein wär irgendwie ein bisschen seltsam hm geht was 2 10 geht weiter äh glaub ich mit Q schneller äh ne nope ich lauf da sogar langsamer glaub ich minimal jo fährt sehr lange noch fürs Folgen ey was für ne Runde mach ich schon 12 Kits ey ja ich seh die ne 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 dann links noch das Team wo die Ult ist sind noch Ulti gemacht Besporniger sind hier noch drin sind die nicht mehr da oder der hat die gerade gekillt mit der Ult kann sein aber die sind nach hinten weg hm da sind auf jeden fall einige Leichen hier dead und sogar 3 leute hier hier ist noch ein Turbolader und das da noch drin Stillbatterien, Phoenix geht Boah, die Zone ist noch voll riesig Nur noch ein Squad Was ist da los hier? Die locken bestimmt da hinten, die callen gerade Ey, top Ja, wollte ich auch gerade sagen Oh, hier ist schon einer, oder? Ja, hier ist einer gerade gewesen Okay Der läuft wahrscheinlich hier gerade durch Ja, super Ich lau unten rum Ja, ich auch Ich guck nur kurz Ja, der lood ich hier gerade Kein Film mehr Ich bin nicht so einzeln Vorsichtig Ich finisch den gleich Ich hau da mit Dingern rein, runter, Arcter Ist der schon unten, oder? Ne, der war nur hier oben Lass zurückgehen, oder? Ich guck mal kurz, geh die Treppe runter Ja, die sind da unten Ich mach mal einen Arcter hinterher, den nicht getroffen hat Geh mal wieder hinter Was macht der? Hättest du gesehen? Ja Ja, dann lass rund rum, oder? Ja, ja Oh, die sind schon hier Ich schon ins Portal wieder rein Den einen Hit von mir bekommen Oh, die haben eventuell dicke Waffen, ne? Aufpassen Ja Dürfen aber nur noch zwei sein Die sind hier close bei mir Hier vorne Der Satirer ist da gerade rein Ja, ist aber Oh Einer knocked Oh, mach mal den Lass mir den kaputt hauen Oh, schade Ich wollte alle Kills haben Oh, shit Das war glaube ich meine Runde jetzt gerade You are the Apex Champions Uff Ja Neuer Keri Die kosten mich hier Oh, the jungle VIP I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me Where you You are the Apex Champions You are the Apex Champions Oh, my gosh Oh, my gosh